Ob man nach einer grauen Stauoperation eine Brille tragen möchte, darf man in allererster Linie selbst entscheiden. Es gibt durch die modernen Linsenimplantate viele Möglichkeiten, die Brille auch ganz loszuwerden. Hier kommen vor allem multifokale Linsen zum Einsatz, die ein gutes Sehen in die Ferne, in den Intermediärbereich und in die Nähe gewährleisten. Manche Patienten haben aber sehr spezielle Anforderungen und wollen in gewissen Distanzen besonders gut sehen. Hier kann man dann individuell andere Lösungen finden. Manchmal ist eine ergänzende Restbrille auf Wunsch nötig. Ich lade Sie ganz herzlich ein, bei Eileser anzurufen. Unser Team kann Ihnen viele Fragen beantworten und Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Termin behilflich sein. Ich freue mich darauf, Sie bei Eileser begrüßen zu dürfen.